Und jetzt habe ich hier die ganz schöne Sonnenbrille-Geschränke gekauft. Sech, sech. Den linken hier mal unten. Schlausig schmiert, was er gesagt hat. Hier rein kommen die Influencer. Wo es etwas Gratis gibt, sind sie ganz vorne mit dabei. Herzlich willkommen an der Fashion Week. Wieso sind wir heute hier? Ich habe eine neue Marke gegründet. Nein, ich bin kein Standverkäufer von Ibiza. Aber wie macht man aus diesen China-Brillen jetzt und nachseite Trendmarken? Ganz einfach. Als erstes musst du ein minimalistisches Logo designen. Und dann einen neuen, fancy Insta-Kanal aufmachen. Und über dubiose Wege an 10'000 Follower herkommen. Die wüsten Brille richtig cool verpacken. Und das Ganze dann mit einem richtig schlechten Produkttrailer abrunden. We were always confronted with the question, how do we create visibility? Und die verschenken wir heute. Wir brauchen eine Promo für unseren agel-neuen Instagram-Kanal. Komm. Guten Tag. Du gefällst mir sehr gut mit deinem Style. Ich würde dir gerne etwas schenken. Aber es wäre mega lieb, weil im Gegenzug könntest du eine Story schnell für uns machen. Ja, ich weiss doch nicht. Sodaglasses. Können Sie das machen? Ja, klar. Cool. Ich bin gerade bei der Messe angekommen. Und jetzt habe ich mir eine ganz schöne Sonnenbrille geschenkt bekommen. Du hast Glück, sie hat 20'000 Dollar. 20'000? Das ist super. Genau diese Menschen suchen wir. Schauen wir mal. Thanks to Sodaglasses for the stylish Sunglasses. Ich weiss halt wie die Leute ticken und was man ihnen muss geben. Nämlich freie Guckus. Free Guckus. Haha. Das ist Slim Cat. Und schon Kierke. So 90'000 bis 140'000, wenn es nicht alt ist. 3, 2, 1 geht los. Influenzen kann jeder. Setz dein Sinarko kreativ in Szene unter Hashtag Influenzinarko und gewinne einen Influencer-Deal im Wert von 2000 Franken. Verhalten. Presse auf einer anderen Seite.